Wo können Sie König Charles III? Alle Informationen im Überblick. Von Johanna Müller, May Räst, König Charles III. Von dem 29. März bis zum 31. März nach Deutschland. Seine Besuche in Berlin, Hamburg werden unter anderem von ARD und ZDF ausgestrahlt. Auch im Live-Stream in den Medienbibliotheken des königlichen Festivals im Fernsehen. Mittwoch, 29. Ab 15 Uhr RTL zeigt das Special-Programm Bünd 12 Special «Kind Charles in Deutschland» mit eingeladenen Adlexperten. Reise nach Deutschland, Charles III in Deutschland. RTL zeigt Nachrichten und Hintergründe für die Reise von König Charles und Camilla um 11.00 in Punkt 12 Special «König Charles in Deutschland». Phoenix zeigt die Rede des Königs im Bundestag ab 12.00 und eine Zusammenfassung des Besuchs in Berlin um 17.30 Uhr. Phoenix zeigt Eindrücke Besuchs live aus Hamburg und eine neue Zusammenfassung des dritten Tags königlichen Besuchs. Sehen Sie ab 12.00 in Phoenix vor Ort unter Zusammenfassung um 17.30 Uhr in Phoenix, dem Tag Phoenix. Darüber hinaus wird World TV von Mittwoch bis Freitag über die Reise zu königlichen Paarenseiden live Sendungen berichten.